Liebe Zuseher, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HAK TV Spezial. In dieser Ausgabe geht es um den jährlich zelebrierten Tag der Konfuzius-Institute, der heuer am 29. September hier am Grazer Hauptplatz stattfindet. Bei dieser Veranstaltung geht es um den gegenseitigen Kulturaustausch, insbesondere um die Vorstellung des Grazer Konfuzius-Instituts unter der Leitung von Dr. Wan Chi Cheng. Lassen Sie sich nun von der chinesischen Kultur entführen. Diesen atemberaubenden Einblick in den fernöstlichen Kulturraum haben wir einzig und allein dem Grazer Konfuzius-Institut zu verdanken. Auch unsere Schule, die HAK Grazbachgasse, ließ es sich nicht nehmen und beteiligte sich an diesem Event. Einen eigenen Stand hatte die jetzige 4AK, die in diesem Sommer das Glück hatte und für zwei Wochen nach China reisen durfte. Am Tag der Konfuzius-Institute konnten sie ihre Eindrücke und Erlebnisse mit den Besuchern am Hauptplatz teilen. Ich glaube, ich kann für die ganze Klasse sprechen, wenn ich sage, dass wir das alle ziemlich interessant und spannend fanden. Natürlich gibt es einige Unterschiede von der chinesischen zur österreichischen Kultur. Es war aber trotzdem sehr spannend, einfach mal so einen kleinen Einblick in die Welt von den Chinesen zu werfen. Ebenfalls führten sie einen steirischen Volkstanz auf, den sie innerhalb ihrer China-Reise auch dem chinesischen Volk präsentierten. Ebenfalls führten sie einen steirischen Volkstanz auf, den sie innerhalb ihrer China-Reise Ebenfalls führten sie einen steirischen Volkstanz auf, den sie innerhalb ihrer China-Reise und sie innerhalb ihrer China-Reise